Dank Tomlil fühle ich mich jetzt wirklich wie am Meer. Und Herzen malen kann ich hier auch. Ha, schenke ich euch. Es ist wirklich so... schön. Huch! Wo ist jetzt die Banane hin? Hat die der Affe gerade geklaut? Wo finde ich den denn jetzt? Ich bin jetzt auch ein Affe-Singer. Und weißt du, wo ganz viele Affen leben? In Afrika. Genau. Eins, zwei, drei. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe, Affe, Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Danke, liebe Singending. Danke. Und dann gehen wir jetzt noch gemeinsam mit Rotscha aus Kambodscha und Tom Palme auf Affensuche. So.